Let's go! Jetzt geht mir ein FPS wie in den Keller Aber selbst wenn ich streamen würde, habe ich ein paar FPS weniger, ja Aber ehrlich gesagt, ich habe natürlich die Leistung anders eingestellt Nicht mal zu groß Oh, gib mir doch einen Sniper Ich bin eine Waffe, ich habe einen PX Ja, immerhin kann ich mich verbinden, wenn es so weit ist Oh, Sniper habe ich hier Hey Welche denn? Ja Ja, ich weiss es geht besser, aber Lass mich doch Äh, wachst du das mit dem Gäbler? Ja Okay, hier ist der empty Ich zeig nicht denen mal Oh geil, hier liegt was schönes für mich Ja, was denn? Ich glaube der Mk12 Äh, der Mk12 Ich habe... Ich bin nervös Ich habe eine AK15 Ey Richtig unverdient Ach komm Der gehört mir auch gar nix Hier ist noch ein Vierer Visier Frag mich gerade, wo die Lurche sind Ja, ich weiß es auch nicht Ich muss mal ganz kurz... Oh, hier ist eine G28 Jetzt geht es aber rund Ja, so Ja, so Der Mk12 fliegt raus Zweifach kommt da hin, so Also du hast da hinten noch ein Vierfach liegen lassen, oder wie? Jop Eins von den Häusern Ja, wenn das war... Ja, wenn das war... Ja, wenn das war... Ja, weil eben... Irgendeinem Haushalt, ne? Ja, ich bin ja am Suchen Ja, genau... Wieder am Arsch der Welt Ach, jetzt... Du hast kein Haus mehr, du musst das andere sein Har har Schon am pushen da? Ne... Ich loote noch Pusht du schon, oder lootest du noch? Haha Wird sich gleich selbst hier umge... Umgepusht werde Okay... Geh mir... Zu Haus Nie... Au! Ach, Mann! Der war direkt tot, oder? Äh... Ja Hey, ich... Ich hatte ja... Der konnte ja nichts mehr haben Also gar mehr als einen Schuss brauchst du nicht für den, kann das sein? Ja... Schön abgestorben, tut mir leid Ja, easy... Bin ja froh, lebe ich noch, aber... Oder wieder Hey... Erstmal looten Ja... Erstmal bin ich mit der Heilung knapp... Nur Verbände Der hat einen Zweierhelm drinne... Ähm... Aber der hat eine AK-15 Ähm... Was hat denn denn noch? Eine G-28, nehm ich... Äh... Marco, ich kann dir Heilung geben? Ja, ich habe 18 Verbände Ähm... Ja, ja... Warte, ich brauche ein paar Perks für die Dingens... Für die Sniper Ja, ich habe auch vorne nichts drauf, ich habe nur erweitertes und Griff Okay... Spiel mal weiter... Backpack voll, warte hier... Ich gebe dir... Oh... Ich gebe dir vier Stück... Was? Spinnst du? Soll ich mein Zeug sehen? Haha... Dann gebe ich dir halt... Nicht 8... Hahaha... Okay... Jo... Ah, wir müssen ganz rüber... Jo... Äh... Äh... Ups... Hm... Das kann ich auch gebrauchen... Ah, ich habe wieder 5 Granaten... Ich entwickle mich zu Chesser... Der spielt immer zu viele Granaten... Das ist schon geil... Aber die brauchen halt auch Platz... Hier ist noch ein erweitertes SR, wenn du willst... Hab ich... Äh... Äh... Scheide... Ja, ja, ich habe Hacken... Oh, 2er Weste... Jetzt ist gut... Jetzt habe ich 2er Weste... 2er Helm... Alles in 9... Ich leider nur 2er Helm... Ich habe hier eine angeschossene 2er Weste... Ja, hier ist eine... R700, Marco... Äh... Ja... Ah... Ich behalte die G28... Ich habe jetzt keinen Bock nochmal umzurüsten... Ja... Ich habe eben auch so eine... Nimmst du die oder? Was? Die G28... Äh... Die... Die R700... Ja... Du brauchst sie sicher auch noch? Ne... Ich habe noch G28 und AK15... Naja... Ich auch... Ich habe jetzt keinen Bock zu wechseln... Hab ich dir... Auf jeden Fall oberste Etage... Rechte Seite... Ja... Oh... Da... Aber hier ein Kompensator... Oh ja... Nicht zu ver... Äh... Wir müssen dringend los... Sonst haben wir ein Problem... Jetzt liegt aber noch eine... FHL... Hoffentlich ist hier... Irgendwo eine Karre an der Seite... Nehmen wir den Boot... Boot nehmen? Ja... Also ja... Wir können auch... Okay... Nehmen wir die Karre... Da vorne ist eine... In der Mitte... Wo du jetzt wegläufst... Ich schau gerade... Da... Aha... Ja... Das ist weiter vorne... Da wo ich markiert habe... Äh... Nein... Hier... Ist meistens die Karre... Wo ich jetzt gleich bin... Ich habe eine... Lass es mal umfärben... Wirklich wieder da... Hier... непкольку... Denn die Karre... Osten... clothesx... von... Ja... Tau... Da... Da. Da... Purr... Ja... Untertitelung. BR 2018 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 Hallo, mich sieht bestimmt keiner, hoffe ich auch, in dem Auto, hinter uns sind Leute. Warum haben wir nicht gewartet? Äh, weil ich schon rüber will. Achso, gut, wir müssen. Ich stecke wieder das Auto und... Nehmen wir das Boot, oder was? Ne, komm, wir tauchen. Wir لكن uns ja calmest, wenn wir heute mitnehmen und mehr Shot designs nehmen. Wenn ihr Leute auch sei, passé直 an, vor allem Engag zoals einen in dennia誕, mit einer Betten zurück und Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wollen wir hier chillen? Wieso nicht? Ich bin nachher etwas weiter nach vorne Oben noch bessere Hügel Etwas los Mag man richtig da Aber da vor uns sitzt Auf der anderen Meeresseite Da ist eine Kiste gekommen Und dann hast du nachher Unterwasser Kills gesehen Dürfen also Leute sein für uns Da ist sowieso Endzone da Achso Zweifel kostet genug Ja Alter Lootgeier Ah du Schon auf dem Weg liegt OI Was? Das ist eine ARK Ok 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 Alles Ich denke das liegt Am Server Wenn ich so ein Fälle habe Bis zu 80% CPU Auslastung Das heisst ich könnte sogar noch etwas weiter hoch Im Stream Aber Da habe ich etwas Spaß Und falls der Server Mehr Leistung braucht Ja Am meisten schreiben Mal schauen Dass es nicht über 90% geht Aber wenn du das Spiel mehr Leistung braucht Dann bist du sofort auf über 100% Aha Bei den Häusern wahrscheinlich da Die noch in der Zone sind Die noch in der Zone Das ist eine Leitung Die noch in der Zone Ich habe mehr Schritte. Ich werde dich um. Ich werde dich um hier. Ja ich sag ja bei mir Steps. Granate, ich bin dort. Ist die bei mir? Perfekt. Beide? Ja, ja. Komm, komm, zwei, zwei, zwei. Ja, ich kam so schnell ich konnte, sorry. Ey, du hockst an der Kiste und lootest. Ey, das ist deine Kiste, Kollege. Ja, ja, ja. Das ist deine Kiste. Ey, ohne Witz. Ich bin direkt zu dir hingekommen. Ja, ja, ja. Ey. Du alter Lootgeier, ich sag's immer wieder. Das ist deine Kiste, da bist du verreckt. Das ist der Kollege da, und das ist der andere. Ich bin direkt zu dir hin. Ach, was ich da bieten lassen muss von dir. Ey. Nächste Mal schießt dich selber. Au, au, au. Das gibt nicht mehr. Ey. Wieso hat da keiner von den gelben? Gelbe Munition. Ja. Ich hab doch 7.62er. Glaub ich aber nicht gesehen bei dir drin. Doch, über 340 Schuss. Feuer tatsächlich. Ui. Ja, da sitzen die mal. Die waren so doof. Die wollten dich looten. Sind verweckt. Aber wieso hast du nicht nach hinten geschaut? Warst du gar nicht da? Doch, natürlich war ich da. Ja, ich hab aber gerade aufs Handy geguckt. Ah. Ich hab ja gehört und gesagt, oh, steppst du auch nach hinten. Ja, aber ich hab mich gefragt, warum ich als erster down bin. Weil ich eigentlich genau am Stein gesessen hab. Und hinter mir auch Deckung war. Ja, aber eben genau. Die waren über der Deckung. Na gut. Die waren hier. Da kamen sie rüber. Die waren über mir. Dann hab ich gesagt, ich hör sie, aber ich kann ja nichts machen. Du wirst mich überspringen. Wenn du die abhimmst, dann okay. Aber nein, der Kollege muss ja mit dem Handy chillen. Lieber looten. Ich hab doch nicht gelootet. Mit dieser formlos Unterstellung. Das kannst du auch ruhig auf Youtube stellen, ne? Da unten sind zwei. Jetzt hat mein Woll weg. Da drüben könnte noch viel mehr sein. Das geht toll. Ah, da ist er. Gießt du ihn? Jo. Schießt der von da drüben? Oder ist das der? Der ist das der der VKS. Sneaky Peaky. Oder auf jeden Fall ne Sniper mit Charlie. Na ja, ich hab vorhin zwei gehört. Und schießt ja vielleicht. Dein schon drüben. Das ist richtig. Ja. Ich sag ja, das sind mehr. Das sind Zweige, glaub ich. Ich darf schnell sein. Ah, Kleider. Ja. Da, da, da. Da, da, da. Schönen, noch einer. Ja, aber wo? Da, nix. Nice. Ja, das ist mein Problem. Der geht hoch. Komm, ich schau mich hoch. Was soll's? Ich hatte genug Plätze. Ah, noch ein Team. Wie immer. Ja. Wenn nicht, lass die hochgehen, wenn die hochgehen wollen. Weil die genau am Heli sind. Mhm. Da geht der eine, wo die andere wartet. Ja. Ja, geht hoch. Ja. Ja, das war's. Ja, ich konnte ihn nicht ausmachen durch den Rauchen. Ja. Aber, ja was soll's. Ist jetzt ein relativ erfolgreicher Tag? Ja. Wie viele Sieger hatten wir jetzt? Ja, ich kann sich gar nichts sagen. Drei, vier. Stimmt. Drei waren es sich, oder? Ja. Ja. Jungen. Ja. Tiefen. Ja. Ja. Ich habe einen Kill-Rentig von 1.951 und einen Kill-Rentig von 2.600, was stimmt mit dem? Keine Ahnung. Ich mache auch meine Kills, aber das ist so übel viel mehr. Aha, kleiner Stresskopf. Ich bin glücklich. 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 Ich habe einen Ber 까zug und bakerisches herman Talent. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die haben auf mich schon geballert, zwei Leute Oh scheiße Lass mich nicht zahlen Hoffentlich pushen die mich Oh die wären nah Ey nicht mal ein Holo Ich weiß nicht, kein Latein am Ende Ha, ich bin Zode Super Und ich verpiss mich mit dem Boot Haha Ja ich würde es auch machen Ich habe... Ich habe ein Vierfach Weisst du was ich gehe auf die Insel Komm leg mich, die ist noch drinnen Whale Reef So Autofahren an Wir holen bis gleich Oh, mein Herz ist ein Burschisch auch noch Oh, mein Herz ist ein Burschisch auch noch Also, du bist noch nicht Oh, was ichige das? Ach, ich bin ein Burschisch auch noch So, du bist schon Das war ja Helm bei mir. Würde ich nehmen. Vielleicht schafft es ja bis zu mir. Vielleicht überlebe ich ja bis du da bist. Das kann sein. So viel ja vielleicht. Ich finde keine Helmung. So viel ja vielleicht. Ops. Ich habe einen Red. Ich habe einen Red. Ich habe ihn so oft. So. 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 Ich weiß nicht. Hey, das bist du oder was? Wo denn? Bei mir, nicht, ganz viele nades. Nee. Bei mir ganz viele nades. Ja, das Haus. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Da unten? Ich komme von der anderen Seite, von der rechten. Ja, ich weiß genau wo ich bin der Wichser. Ja, ich weiß, bei mir auch. Oben am Fenster und einer ist unten. Ja, ich weiß, aber ich kann nichts machen. Ach, warum bin ich überhaupt zu dir gekommen? Tut mir leid. Alles gut. Ja, Kollege. Du kannst nicht durch die Steine schießen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin einfach Mac sup. ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ Or8 ‑‑ Das war's. All heck. 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 Hey. Hey. All heck. All heck. All heck. , All heck. 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 Okay. All heck. 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 Let's do all heck. All heck. All heck. All heck. Also ich mach's bei mir, so wie ich spiele. So viel AK-15, eben keiner gefunden und jetzt liegen hier 10.000 Stück. Wenn ich von ganz links nach ganz rechts auf meinem Mausprojekt gehe, hier hast du eine geile Sniper, wenn du willst. Eine Fall G. Ich? Ja. Das ist eine DMR, mit der kannst du schnell hintereinander schießen. Die andere, die... Ist die besser als Rolington? Du, es ist je nachdem. Es gibt Leute, die sind auf One-Shot besser, mit der kannst du nachdoppen. Und da kannst du viel schnell hintereinander... Schieß mal mit deiner Ramington. Nochmal, die du musst nachladen. Ja, ich nehm die. Ich bin sehr akkurat im Sniper, eigentlich. Musst du auf den Kopf treffen, weil sonst verkackst du. Bist du nachwärts bist du tot. Und selbst die ist mit meinen Zweier-Helmern nicht immer One-Shot. Schau mal, ich schieß mal mit meiner, wie das klingt. Schau mal, ich schau mal, ich schau mal mit meiner, wie das klingt. Ah, Vector mag ich auch sehr gerne. Hier liegt auch noch eine Ramington drinne. Ah, ja, ich hol die mir. Wisst ihr eine Focci? Ne, ich hab, äh, Mosin. Ja, jetzt, da wird's. Jetzt werden sie... Jetzt werden sie... Ja... Größenwahnsinnig, sag ich mal. Wenn jemand ein erweitertes Magazin für Vector sieht, ne? Kann... Ja, ich... Brauch auch noch eins. Haha. Das fliegende Auto. What? Ach, da, ja. Ja, der Spawn, ja. Cabrio-Bankter. Aber es ist immer schön, da weiß ich, da ist noch keiner drin gewesen. Ne, hier ist ja alles schon leer. Ach, wenn ich komm zur rechten Zeit, oder wie heißt das? Aber ich spiele hier Sniper mit Reddoth, das gefällt mir nicht unbedingt. Ich hab gar keinen, äh... Ich hab gar keinen Scope. Hier liegt noch ein Reddoth bei mir, in der Halle. Markier's dir. Ja, ich hab jetzt schon Hulu drauf. Ja, ja, ich spiel lieber Reddoth, aber musst du ziehen. Ich auch, aber ich hab keinen Bock zu laufen. Hier liegt ne Mk12, das ist auch ne DMR. Sniper. Äh, ich hab ne geiles Auto. Wir brauchen kein Auto, wir sind immer noch in Zone. Ich weiß auch. Und dann später. Da hast du ein Tuk-Tuk, oder was ist das? Nein, das ist so ein alter... Oh, diese zwei Sitz. Warte, komm, warte, komm, ich zeig's dir mal. Der sieht noch viel geiler aus, glaub mir. Warte, lass mich einsteigen. So. Jetzt ist der schöner. Hahaha. Ey, ich hab ein grosses Heilpaket, sonst nix. Das gefällt mir gar nicht. Äh, hier ist noch ein... Hier ist noch mal dasselbe Auto. Naja, von der ist dann viel rum zum Glück. Hier ist, äh, ein... Ah ne... Mark, hast du ein, äh... SR erweitert? Ja. Eins. Eins. Es klingt gleich wie meins. Äh, hier ist nichts gescheites. Ich klau da mir wieder meinen Loot. Du bist die Meinung, also. Einladen. Ist AK-47 gut? Ja, aber die AK-15 ist besser. Okay. Warte mal... Ey, ja, die... Ja, die Kiste wär nicht weit weg. Was meint ihr? Muss nicht. Oh ne, lieber nicht. Kein Bock. Ah. Meins. Ah ne, du hast noch gar nichts, ne? Doch, ein grosses. Ja, hier nimm nen. Siehst du mal, so bin ich zu dir, ne? Ja. Ja, ja. Nimm diese Almosen. Hier nimm. Da liegt gar nichts. Das liebe ich doch. Wie? Ich hab dir das noch getroppt. Ne. Klar. Wo denn? Ah, ja unterm Tisch. Wer schaut denn unterm Tisch nach? Und so, ich hab das Auto so schön umgefärft und der macht's mir kaputt. ich bin aber überlegen ob ich zur kiste fahr jetzt auf einmal jetzt wo ich weit weg bin ja steig von mir an dann fahren wir zur kiste nein es ist spät jetzt kommen nicht mehr zurück hier liegt noch eine g28 ist auch eine dmr sniper die stärkste eigentlich gehen wir zum gelben marken hoch oder wollt ihr noch ein bisschen strand rum schauen auch von mir aus ich mein nur beim steig von mir ein allerdings hier hat man wow das habe ich nicht gesehen wir haben wieder leute mit ganz komischen suspekten schüssen was war denn das war ein bug das ist ein rubberbanding ah nice ich habe die mpx ne kein rubberbanding ich bin stein hochgesprungen direkt mal half life das ist üben hier ist noch eine akka 47 wie markiere ich das denn eigentlich mit einfügen wenn du kurz willst dann mit kuh also ich weiss gar nicht was was ist gegner spotten bei mir einer von euch auf den dach auf den dach auf den dach ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn hat ihn Ach Scheiße, der ist ganz slow dahinten. Der ist der letzte glaube ich. Er ist zu größer. Jetzt ist er im Haus drin. Passt, das waren zwei. Okay. Ich hab zwei genockt. Ich hatte auch einen genockt. Ja, der hat den anderen wieder hochgeholt. Darum habe ich gesagt, das ist einer, weil ich gedacht habe, da war der andere mit dem anderen im Haus drin. Oh, ich hab einen Gleiter bekommen. Oh, ich hab einen Bann bekommen. Ha. Äh, könnt ihr meinen Referalcode benutzen? Ja, logisch. Okay. Also, eigentlich... Es spielt keine Rolle, ob wir deinen... Willst du das machen, Domi, oder? Was denn? Den Code von ihm nehmen. Was soll ich das machen? Äh, kannst du mich einladen? Hä, was? Ja. Wie gab's jetzt gerade? Also, eigentlich geht das nicht. Du musst meinen nehmen, aber ich kann den... Kannst du ihn noch irgendwo eingeben, den Referalcode? Ich kann ihn irgendwo zweimal eingeben, ne. Ja, aber er... Kannst du ihn noch irgendwo eingeben, Tazic? Äh, wie, was? Hast du unten links noch die Möglichkeit, den irgendwo einzugeben, den Code? Äh... Weiß ich nicht. Komm, wir verlassen schnell die Lobby, wo du zwei Spielstunden hast. Ja, Soundbuck. Egal. Geben wir alle raus. Ja, was? Ich bin nicht schon drin? Ja, scheißegal. Mach einfach Escape und geh raus. Okay. Weil du darfst wirklich nicht viele Spielstunden haben. Ich geb dir meinen Code. Äh... Ja. So. Du solltest jetzt eigentlich, wenn du in der Lobby bist, unten links oder so, solltest du den eingeben können. Wie recht ist. Äh, bei... Bei... Battle Buddy? Ja, genau. Nee, ich kann den nicht mehr. Ich glaub, ich hab meinen schon eingegeben. Ich hab einen schon eingegeben. Aber nicht meinen. Ja, das ist egal. Das ist egal. Du kannst... Du kannst auch mich... Verlass... Verlass mal die Party. Mach mal leave. Nein, ist jetzt egal. Das ist egal. Ich... Ja, aber das geht ja weiter. Da gibt's die Battle Buddy Mission, da kannst du alles mögliche ausspielen. Gibt jedes Mal 500 XP. Ja, also ich verlass die Lobby dann jetzt. Probier's mal. Bei Battle Buddy? Wo kann ich das denn jetzt eingeben? Ich glaube, wenn du normal in der Lobby bist, ganz am Anfang... Irgendwo unten links müsste ich den Referral Code irgendwas eingeben. Ich geh rauchen. Jo. Siehst du nix? Nö. Ah, welche Spielstunden hast du? Äh... Äh... Zwei... Äh... Einer und halb oder zwei. Zwei... Ja, das sollte... Bis drei Stunden sollte es eigentlich gehen. Ja. Nein, das juckt mich auch nicht, um ehrlich zu sein. Auggie, glaub ich, es ist auch noch. Ah doch, da! Read-em-Code. Ja, nein, ich glaub, probier's, aber ich glaub, es ist eben nicht Read-em-Code. Ich geb da in der Trosse mal einen. Achso, es geht nicht. Ja, das heißt, wenn wir Battle Buddies sind, dann muss er einfach Level 10 erreichen, vorher bekommt er nichts, der andere. Ja. So sieht das aus. Warte, ich schick dir einen Link. Dem TS. Da müsstest du den eingeben können. Nee, das ist das nicht. Ich hab das schon gemacht. Ja, aber du solltest das trotzdem mit mir auch noch machen können, das mein ich. Aber ich sag. Okay, wollen wir eine Retouro nehmen machen? Ja, der Kollege ist in zwei, drei Minuten zu. Okay, dann lädt es mich eine eben wieder. Ich bin auch kurz weg. Ob ich seh's, wenn er kommt, dann können wir starten. Dann wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020